Und Hashtag Mbappé? Kommt! Ja! 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 Du bist ein Magrath! Ja! Du bist ein Magrath! Ja! 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 Alter, hier ist alles blau! Oh, hier stinkt es! Hier brennt es! Oh mein Gott, es brennt! Ja, Chet! Ja! Wir haben Believed! Wir haben Believed! Wir haben Believed! Er ist da, Junge! Er ist da! Er ist da! Wir müssen ihn nicht abstoßen, Chet! Wir müssen ihn nicht abstoßen! Du bist so ein Macher, Junge! Dafür sage ich dir... Okay! Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Chet! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft! Portugiese? Es ist Luis Figo und ich glaube, den haben wir sogar schon mal! Oh mein Gott, ist das scheiße! Wäre richtig scheiße! Achtung! Oh! Meister! Meister! Es ist einfach ein Eusebio! Es ist einfach ein Eusebio! Was? Benji? Ja, dann Simon! Hallo! Freunde, es ist ein Eusebio! Es ist ein Eusebio Moments! Und Benji ist weg! Keine Ahnung, wo der ist! Das Discord hier! Du hast so sehr geschrien! Du hast zu sehr geschrien! Digga, es ist ein Eusebio Moments! Man, ich nehme uns schon bitter weg! Was ist das? Halt's Maul! Halt's Maul! Ja, Digga, jetzt mal ganz ehrlich! Jetzt mal ganz ehrlich! Was soll die Scheiße? Digga, da ist einfach ein Eusebio Moments drin! 3,73 Millionen! Also, du und der Kollege, ihr zwei, ihr habt irgendwas, ne? Was ist bei uns zwei? Schlecht halt mal! Oh, Davis als Stürmer! Davis ist sehr geil! Kostet, glaube ich, leider nichts mehr, aber... Nehmen wir mit, oder? Oh... Ah! Ah! Ja! Oh mein Gott! Du Macher! Hey, was hast du da rumgeklickt? Bist du falsch? Ich hab schon recht, Digga! Oh mein Gott schon! Was? Pick me, Digga! Junge! Der ist mehr weg, wie ein Rülles! Ich bin... Es sind vier, ich habe es verdreut! Oh mein Gott! Oh, 3,8 Millionen! Oh, wie ist das schön! Alter, der ist mehr weg, wie ein Rülles! Rülles mehr? Ja! Oh, das ist... Grün und mehr! Ach, die Scheiße! Für die 125 habe ich mir so viel vor, sage ich euch, wie es ist... Eiken! Eiken! Oder war das jetzt ein Eiken? Oh, du Scheiße! Oh, du Scheiße! Oh, du Scheiße! Ach, du Scheiße! Ja! 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 Du bist der King! Du bist der King! Ja! Du bist der King, Junge! Was? Oh mein Gott! Puschkast, Digga! Digga! Aus so einem Scheißpack! Halt dein Mann! Einmal Puschkast! Neun Millionen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Digga, das war irgendein Schmutzpack! Aus dem Schmutz... Verarscht ihr mich grad? Digga, verarscht ihr mich grad? Digga, es ist Puschkast! Holy Shit! Das ist Sinn! Holy Shit! Digga, was ist denn das? Hä? Wo muss ich hinsetzen? Digga, ich dachte, du hast... Digga, es ist Puschkast! Ich dachte, du hast das Eikenpack aufgehört! Ich war... Es ist einfach ein Puschkast! Da sind wir auf dem Transfermarkt drauf! Es ist erst nicht mal auf dem Transfermarkt drauf! Und guck dir anders was für ein Pack! Und guck dir anders was für ein Pack! Digga, es ist Puschkast! Halt du! Digga! Was ist das? Stell dir mal vor, wir hätten bei Hellspin verloren! Oh Gott! Oh Gott! Stell dir mal vor, wir hätten bei Hellspin verloren! Oh Gott! Oh Gott! Und der ist tradable, Chad! Stell dir mal vor, wir hätten da verloren! Ganz kurz, aufentspannt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Chad! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Fucking cheating! Was ist? Lord! Oh mein Gott! Wo kommt der denn her? Pelé! Oh Gott! Du alte Kanallegende! Herzlich willkommen! Ich hätte 95er Pelé! What the fuck! Tommy, wer ist bei dich, Junge? Hättest du ja fast da drauf kommen können! 95er Pelé! Babam! Holy Shit! Babam! Ach du Scheiße, Digga! Das geht wieder gut los! Fuck man! Lass du mal kurz der Trippelherne still gestanden! Lass du mal kurz... Was ist Cupback, Herne? Wo? Wo? Boah! Chasse voll die Maustor drippeln! Achtung! Sag mal! Du kriegst gar nichts! Sag mal! Und? Was geht so? Weiß mal! Vielleicht pumpen sie grad eine Ronaldo rein! Wie geht's dir? Oh! Stark! Starkes Ding! Da bin ich so! Starkes Ding! Und das ist das Vorspiel! Ich überpointe nur! Sisu! Alter, der ist ganz wild! Sisu! Ganz wilde Hausnummer! Wichtig! 2 Millionen! Ganz dicke Hausnummer, Timau! Aber hat Sisu einen Ballon d'Or gewonnen? Stimmt mal, oder? Safe! Ganz krasses Scheiße! 1998 Ballon d'Or! Junge, die Karte ist so wild! Sisu ist eine der besten Karten im ganzen Spiel! Für Kellner mit? Ja, das ist die beste Karte! Der ist echt krass! Der auf 10 und Abfahrt, Ketiluzzi! Lukas Rutsche Gange! Lukas Rutsche 500.000 versetzt! Und was ist denn der letzte nochmal drin? Ohhhh! Oh mein Gott! Wo ein Meister! Lass sie kurz in die Galerie! Er kommt immer wieder zurück! Er kommt immer wieder zurück! Immer wieder! Gibt's ja gar nicht! Er kommt einfach immer wieder zurück! Ich weiß es nicht! Bei wie viel Rundes hast du schon gezogen? Ich weiß es nicht! Das gibt's wirklich nicht! Ach du Scheiße! 3,1 Millionen! Aber nehmen wir Bobby Moore, oder? Safe! Der wär ja schon geil gewesen! Der wär wirklich schon fett gewesen! Aber das Ding, Chad, ist ja andere Liga! Andere Liga! Und er ist wieder back im Verein! Jetzt haben wir schon Baby, äh ne mit Prime und Lena gezogen! Das ist ja wirklich krass! Freunde, Dankeschön für 32.000 Zuschauer Ehrenmänner! Vielen Dank! Rühlen! Komm! Oh mein Gott! Scheiße! Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Scheiße! Baby! Baby! Mach irgendeine Tanzmusik rein! Baby! Er ist da! Trabi! Mach die Lichter aus! Oh mein Gott! Lichter aufgrund bitte! Für uns geht! Für uns geht! Ich bitte dich zum Tanz! Digga! Wir sind drei Minuten online, ihr habt ja neun gezogen, was soll das? Was soll das? Jamo! Hängt ein... Volevo Kuché! Digga, was ist das? Jaaaaa! Das ist ein kacklos! Was? Also, er sei euch vom Herz gegönnt, weil der Scheißhacker euch ihn weggenommen hat! Ich gönne euch vom Herz! Was ist das denn? Was ist das denn mit den zwei Minuten live? So geht es hier seit Wochen los! Tommi macht immer zwei Player Pics und die sind einfach... Ich weiß nicht, was ich denn noch sagen soll. Digga, was ist das? Da sitzen 4-9. Guck mal, wie er Deko anguckt. Digga, ich... Ich weiß... Ich weiß nicht. Das ist ja... Tor... in... Grünstadt! Digga, was ist das denn? Digga... Was ist das denn? Ah, komm, ich muss mich mal sensen. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Wir haben ihn zurückgeholt. Scheiß auf den Hacker! Das ist der Originale. Das war unser! Das ist unser. Jetzt ist er safe. Ich bin dieser Antwerter, der safe! One-of-one! Der Maul ist dieser. O1 von der O1! Und ich liebe den Kopf. Du hast den Hacker jetzt oder was kommt? Hey! Halt's Maul! Ich hab's geschafft! Ich hab' j's geschafft! Ich hab' j's geschafft! Ich hab' j'se gezogen! Ich hab' j'se gezogen!! Ich hab' j'se gezogen!! Oh mein Gott! Halt' den Gaps hier auf! Oh mein Gott! Ich hab' j'se gezogen. Ich hab' j'se gezogen. Ich hab' j'se gezogen. Team of the Year Messi. 魚 lad, geh' in Rente, geh' in Rente. Du hast alles geschafft. Geh in Rente! Geh in Rente! Geh in Rente! Geh ernst in Rente! Ich hab schon gedacht, das ist ein Twon mit Argentinien. Ja, ich dachte auch. Ich wusste gar nicht, was für Abgeordnete ich drin war, ob ich jetzt in Family League oder Ding drin war. Ich hab eigentlich nur gewartet, bis irgendwie Portugal oder sowas kommt. Du hast Messi gezogen. Du hast Messi gezogen. Digga, was ist denn, was ist all so weit? Digga, was ist denn das? Wenn... wenn ich jetzt sag... ...ja...? Reichen! Eichenpass! Schürmack! Royal Enric delami! Lasst der Z Scheiße! 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 Was hab ich gemacht, Digga? Was hab ich gemacht, Junge? Was hab ich gemacht? What the fuck? Er zieht den R9! Ich bin so zurück, Junge! Einfach 94er R9! Scheiße, Mann! Nein! Es ist kein Prank! Es ist kein Prank! Er hat den R9 gezogen! Digga, was ist das? Was ist das? Er hat den R9 gezogen! Was ist das? Der ist tradable! Der hat auch übrigens die drei Stacks! Scheiße! Warte mal! Hey, drei Baselianer und ein Pack! Das Ding ist beendet! Das Ding ist durch! Digga, er zieht ein R9! Digga, es ist ein Icon R9! Er zieht ein I... Er zieht ein R9! Jaaaa! Es ist so geisteskrank! Es ist so geisteskrank, Chat! Er hat einfach ein R9 gezogen auf freier Wildbahn! Er hat einfach ein R9 gezogen! Er hat einfach ein R9 gezogen! Und ihr glaubt nicht, wie es passiert ist, Chat! Und ihr glaubt es nicht, wie es passiert ist! Er hat einfach ein R9 gezogen, Chat! Er hat mich einfach... Wenn ich Paddlerkarte mit meinem Pelé, dann bin ich lächerlich! Ich stehe im Eck! Wie, wann taki... Wir haben ja schon wieder immer nochmal получилось!